Güstrow erleben, gewohnt anders, mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Kinderreime auf hoch und platt gibt es mit dem Lesepaten der Uwe-Jonsson-Bibliothek, Dr. Bernd Böckmann. Am kommenden Sonnabend hat er sich darauf eingestellt, für die kleinen Zuhörer einige davon zum Besten zu geben. Wer das Güstrowerschloss als Juwel der Renaissancebaukunst im Norden Deutschlands erkannt hat, der wird sicher gern einmal eine Führung miterleben. Am kommenden Sonnabend wird es eine solche um 14 Uhr geben. Nicht nur die besonders üppige Festsaaldecke, sondern unter anderem auch die Sammlung mittelalterlicher Kunst gibt es zu sehen. Die Winterferien müssen nicht langweilig sein. Vom 13. bis 17. Februar gibt es jeweils von 9.30 Uhr bis 14.30 Uhr eine Entdeckertour durch die Bibel. Natürlich wird auch gespielt und gesungen. Es gibt eine Obstpause und Mittagessen. Für 15 Euro können Kinder der 1. bis 6. Klasse dabei sein. Erleben Sie Güstrow mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de Aus dem 1. bis 8. 아까 Situation für die Untertitelung des NDRoris Yuestrich